Tschüss Spitzende! Sie kommt zu mir! Morgen! Ok, wir müssen die Wanne holen, aber da will ich hier rein gehen, weil hier ist es schön. Mein Leihwagen, voll elektrisch, hybridelektrisch ist der. Wir fahren jetzt später eine Runde. Wir können dann mal eine Runde zünden. Geht eigentlich. Leider ist das. Rein kann. Leihwagen. Das sagst du. Cool, oder? Naja, das würden wir jetzt zu viel JLP-Performance öffnen, bis später. Das ist verkehrt rum, schauen wir mal. Für so Momente wäre ich einfach gerne Kameramann. Sandra, jetzt brauche ich mir deine Hilfe. Wirklich? Ja, halt bitte mal das. Ganz sicher. Hier oben? Ja, aber richtig doll halten. Man glaubt das gar nicht, aber da ist sehr, sehr viel Spannung drauf. Hey, warum ist denn das hier so weit unten? Und da ist das Gefühl viel weiter oben. Bitteschön. Und, sieht's gut aus? Was für eine Frage. Ja. Das ist halt, heute ist zwar kein Montag, aber so fühlt es sich an. Habe ich vorhin gesagt, ich bin mit einer 10 in den Tag gestartet. Ich möchte es gerne revidieren. Okay. Dann bräuchte ich bitte jetzt so ein Dings. Hier, nimm mal ein paar. Oh, für alle? Na, nur ein paar, würde ich sagen. Achso. Danke. Dankeschön. Oh, das ist nicht Spannung. Kannst du? Noch ein Stück? Wir brauchen mehr. Ja. Okay. Das ist sehr gut. Hast du auch Angst vor Spinnen? Ja. Ich kann auch nichts dafür. Andere haben Angst vor Fahrstuhlfahren. Und wir brauchen auch bitte noch mehr Kurze. Okay. Ja, bedient euch. Vielen Dank. Dankeschön. Tschudi macht das. Tschudi macht das. Tschudi macht das. So, ich denke mal, es war den beiden zu warm, aber es hat alles geklappt. Hier ist nämlich einer. Ich hab dann Langs drin dran gemacht. Danke. Kommst du klar? Gut. Also so transportieren wir die jetzt nach vorne. So nehmen wir jetzt mit an die Straße, dann geht das schneller. Okay. Sehr glätt rein. Ich glaube, Julie hat richtig Spaß hier. Ja, Julie hat richtig Spaß. Haha. Den haben wir schon verloren. Also aktuell ist es noch so, dass wir gerade die ganzen Ballons zusammenbinden. Dann kommt noch welche ans Auto, was man gerade nicht sieht. Moment. Okay, jetzt sieht man es. Da kommen noch ein paar Ballons an die Spiegel dran. Und ja, dann sieht das auch hübsch aus. Wir hängen mal das jetzt an. Das ist eine gute Idee. Wir sind jetzt fast fertig mit den Vorbereitungen. Ich bringe jetzt noch die Luftballon am Zaun an. Innes bringt dann, glaube ich, auch noch ein Dingsel an. Und dann müssten wir eigentlich schon tatsächlich soweit durch sein. Naja, und dann geht halt der Umzug los, ne? Ja. Und ich glaube, wir haben sehr großzügig geplant. Und jetzt sind hier wieder die Spinnen geben. Oh nein, Julie. Ich bin ein I. Kannst du? Krass das. Oh ja, das sieht doch voll toll aus, oder? Ja. Ja, finde ich auch. Da macht alles mit. Ja. Ja. Wie beim Flugzeug. Ja, Wahnsinn. Ja, ich bin ein I. 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 Bis zum nächsten Mal.